Willkommen zurück Leute, hier bei Let's Play Tales of Asperia! Beim letzten Mal haben wir gegen Flynn gekämpft. Übrigens mein absoluter Lieblingskampf hier in diesem Spiel. Wir haben gegen ihn gekämpft, haben meine Lieblingsmusik gehabt mit Lieblingsbosskampf, wenn wir schon dabei sind. Auch nicht mehr Trunk, finde ich immer gut. Ja, du solltest mir mal vertrauen. Hier sind einige Werkzeuge für das Städtebauprojekt. Scheint dabei auch zu helfen, das ist schön. Nun gut, wir gehen jetzt allerdings erstmal in Übernachten. Nach diesen ganzen Ereignissen sollten wir nämlich ziemlich platt sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest ich wäre platt. Nach den ganzen Geheimmissionen sowieso. Geheimmissionen. Äh... Ach stimmt, ich glaube ich muss mit der Person draußen reden, um mit ihm zu übernachten. Hahaha... Ach ja... Lula! Lass mich übernachten! Jawoll! Ich bin nur für die Gäste. Ich bin gerade mit Baul zu sprechen. Ich bin nur für die Gäste. Ich bin nur für mich zu verstehen, die meine Kalkulatien falsch sind. Ich bin nur für mich, die meine Kalkulatien nicht richtig zu verhalten. Haha, was? Oh, nichts. Ich liebe es, wenn du das sagst. Das ist gewöhnlich. Das ist verrückt. Ich meine nichts. Hey, was sollst du machen, nachdem das Ende ist? Wenn alles gut geht, werden die Blastia nicht mehr arbeiten. Including Hermes Blastia. Genau. Du hast nichts zu tun. Ich glaube nicht. Das ist alles, was ich hatte. Baul war meine einzige Freundin. Destroying Hermes Blastia war meine einzige Grund. Ich meine... Ich hatte meine Reasons, aber... Aber? Nachdem Sie mit Ihnen alle, ich glaube... Ich glaube nicht mehr. Du sollst es einfach so machen? Was sollst du machen? Du warst für Ihre Forschung der Blastia. Es gibt viele Dinge, die ich studiere. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich dachte, dass ich so sein würde. Ich will nicht zurückgehen. Ich auch. Wenn alles fertig ist, vielleicht werde ich nur den Welt mit Baue. Das ist schön. Hey, mach Estelle auch. Es gibt noch viel in diesem Welt, die sie sehen müssen. Du bist nicht gekommen? Es wird so leid ohne dich sein. Uh, ich glaube, ich könnte. Gut. Also, wenn wir das tun, erst müssen wir die Welt schützen. Natürlich. Wir zeigen uns das Ding. Ja, wir werden sicher. Das ist das letzte Mal. Gut. Entschuldigung, dass du dein Werkstatt vor dem letzten Krieg. Ich bin ein Mitglied. Ich muss etwas machen. Hey, Raven. Es ist schön, dass du Dinge für andere machen kannst. Oh, such grown-up words from Master Carol. Ja, ich habe nichts für andere Menschen. Ich wollte anderen zeigen, dass ich etwas tun kann. Ich dachte, das war mein Traum. Aber ich glaube nicht. Für eine Gruppe. Für die Gruppe großartig. Für eine Beobachtung. Alle Männer haben diese Traum. Das ist gut. Aber das war alles so, dass ich mich cool wäre. Ich meine, es gibt so viel, dass du alleine nicht kannst. Ja, ich glaube so. Ich dachte, ich musste es alleine machen. Oder ich wäre schlecht. Oder es wäre wertvoll. Oder... Das ist nicht helfen, Leute. Ich verstehe. Wenn du zusammenarbeiten kannst, kannst du viel mehr machen und machen viel mehr Menschen glücklich. Ich habe das Gefühl, dass du mit jeder. Ich mag das viel mehr. Young Master Carol. Du bist etwas. So weit ahead von diesem alten Mann. Du bist so cool genug, wie du bist. Du bist auch cool, Raven. Nicht so cool wie Uri, aber... Oh! Ich bin schuld. Also, was ist dein Traum, Raven? Ich? Ich bin so großartig, mit beviesigen Frauen allgemein. Ich bin schuld. Jetzt... Ich bin endlich zurück zu leben. Ich bin so großartig, ich bin so großartig, dass ich mich nicht mehr so großartig bin. Ich bin so großartig, Das ist ziemlich schwer. Aber ich bin sicher, dass du es kannst. Danke. Ich denke, ich werde es verstehen. Hey, ist dein Herz okay? Ja, es ist weird, aber es ist okay. Es ist gut. Selbst wenn ich es schwer arbeite, es einfach weitergeht. Ich denke, das ist das Effekt der Spirits. Ich denke, dieses Plan ist nicht alles schlecht. Ich bin so großartig, das ist das Problem. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig, ich bin so großartig. Ich bin so großartig, ich bin so großartig. Ich bin so großartig, ich bin so großartig. Wir werden morgen morgen gewinnen. In großartig. Okay, wir sollten kurz nach Hause kommen. Die Schmerzen ist das Schmerzen der größte schwere Schwierigkeiten. Okay, Nacht! Ja, Good night. Die Sonne sind so nicht mein Stil. Aber hier bin ich. Ich bin, schrecklich. Was werde ich mit mir machen? Es ist fast Zeit. Ja, ich beginne zu denken, und ich kann nicht schlafen. Du bist auch das so? Du sagst es, wie ich bin von Holz oder so. Würdest du dich interessieren, wenn ich dich sitze? Vielen Dank. Es ist warm. Morgen haben wir diesen Artifagos. Es ist verrückt, dass wir die Forschung von Alexei benutzen, um ihn zu kämpfen. Wenn sie nur für andere denken können. Ja, aber sie haben ihre Wahl gemacht. Nichts können wir damit machen. Die Wahl? Sie sind immer die eigenen Wahl. Ja? Ich habe gedacht, dass wenn jemand einen wählen kann, dann könnte ich schwöre sein, und ich sch relent nicht, ob er das richtigen Wahl gemacht, bis zum Ende bin. Aber es ist wunderbar. Verlangen eine Wahl ist so der Grund. Sie haben doch auch deine eigene Wahl gemacht. Ich glaube, ich habe es herausgefunden, während ich mit euch verabschiedet habe. Zu leben bedeutet zu wählen. Und zu haben die Resolve, um diese Entscheidungen zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen überraschend. Ich habe immer nur die Rolle gespielt. Ich bin froh, um Menschen zu heilen und zu begrüßen. Aber dann habe ich gelernt, dass meine Macht in den Welt verletzt. Jemand war immer mit mir. Was ist jetzt? Ich... Ich weiß nicht, aber... Ich fühle mich hier, zu tun, was ich bin. Weil es meine Wahl ist. Ich bin froh, dass ich mit dir gekommen bin, Yuri. Ich auch. Ich war nicht zu sicher, was passieren würde, wenn du dich aus dem Kast. Ich bin sicher. Ich liebe es. Viele Menschen, viele Erfahrungen, viele Erfahrungen. Wir haben den ganzen Welt, aber ich habe nie zu fühlen. Ich denke, es ist mir gut. Ich denke, ich werde einfach weitergehen. Und weiterhelfen die Leute in need. Ja, vielleicht gibt es eine Tom-Böge-Princesse da, zu einem evilen Monster. Du bist dumm. Hahaha. Es ist verrückt. In dem Moment, ich bin überhaupt nicht schrecklich. Wenn auch immer, das Gefühl, dass ein neues Welt ist, ist... ... und wir leben. Wir leben. Und ich werde mit jedem bleiben. Ich werde mit jedem bleiben. Mit dir? Ich werde mit jedem bleiben. Mit dir? Danke. Ich fühle mich wie auch mit einem anderen. Ich bin der gleiche. Wir werden mit dem Leben. Und wir leben in einem Zukunft, das wir wählen. Okay. Ja, Leute. Die Entschlüsse stehen, die Villen sind eisern. Alles, was jetzt noch fehlt, ist... ...der finale Dungeon. Ja, ich habe. Wie ein Log. Die Hand war so viel mehr komfortabel als wenn wir hier waren. Ja, die ganze Stadt ist in wirklich gut shape. Die City this nice needs a name. All right, Naming Genius. Give it a shot. Okay, okay. Scrappy, Handcrafted... Oh, Mann. Oh, Mann. You suck! Um... The light that melts away the snow. Arnion. How's that? Arnion? That's a nice name. Now it's got the Imperial seal of approval. That settles it. It's almost time. Yeah. This time it really is the final battle. Witcher and Sodia already left. They say they'll be in time no matter what. We're counting on them. We can leave at any time, right? Right. Of course. Ba'ul is waiting, too. Now we just have to fly. Right. We have discussed the Blastia and spirits, and what to do after everything is done. But I think it will take time for some to accept this change. You're right. Many people will be so lost. However, they cannot live in a new world without accepting the changes. You're right. I will start by talking with the people here. They built this wonderful city of Arnion for nothing but a plane. Yes. The residents here should accept it. Good luck. No one would listen to me even if I tried. No way. Esteliz. Everyone. Take care. Please. Stop working for a moment. His majesty Yoda has something to say. I have something very important to tell you all. This will affect the Empire, the guilds, and even the Entellikea. I wonder if they'll be okay. They believed in us enough to send us. And let's believe in them. Yes. Well, we have our own work to do. Carol? Do you think? Right. Everybody. We will win no matter what. Onward, Great Vesperia. Yes. I have no idea you were so good at cards, Judith. Really? I don't think I'm anything special. Come to think of it, I've heard of her before. Really? You knew, Raven? Yeah. I heard a rumor or two about a wandering gambler who rides a dragon. They say that the casinos she's gone to have gone bankrupt, one by one. Someone who rides a dragon? That's gotta be Judith! The stories get bigger every time they're told. All I did in Nordopolica was destroy the Blastia. Anyway, let's stop talking about silly things and get a move on. You know, they say it wasn't just one or two casinos that gambler put out of business.